Ich brauche wirklich zu trinken. Das hat nichts gebracht. Komm ich leg dir die Flasche auf dem Boden. Ja, bitte. Ich muss es aber erstmal aus der Hand nehmen. Bitte schön. Danke schön. Ich brauche einen Schlag von der P.E.T.-Bottle. Ich bin schlafen. Immer noch gelb. Hört sich lustig an. Immer noch gelb. Aber auch nötig du. Immer noch gelb. Komm, trink die Flasche leer. Klingt all. Nur 20% Jetzt wo du 60% rausgetrunken hast. Ich bin immer noch lustig. Ja, das ist ungünstig, ne? Liegt auf dem Boden. Ich brauche einen Drink. Ja, okay. Da vorne sind ein paar Häuschen. Ich glaube wir sind da. Da gibt es auch bestimmt Ponds. Und andere Sachen. Da gibt es eine Feuerwehrstation. Auf jeden Fall. Stopp. Stopp. Halt. Da vorne bewegt sich irgendwas. Ich glaube das ist ein Tier oder sowas. Siehst du das? Ja, sehe ich. Oh, es ist ein Auto. Ich weiß es nicht. Ich glaube für ein Tier wäre es ziemlich schnell. Ich glaube es war ein Auto. Ah, es bewegt sich voll abgehackt. Also es hat sich voll abgehackt bewegt. Verflucht. Ja, laut der Karte hier gibt es hier drei Autos. Ja, ja. Steht noch da vorne, oder? Ich sehe es jetzt nicht mehr. Oh man, ich hole mal meine Pistole. Ja, ich nehme mal meine auch. Also meine Knifte. Ja, ich glaube mit der Schrotflinte erreiche ich auf die Entfernung nicht so viel. Ja, du hast da leider nichts anderes. Ich glaube das war ein Auto. Tja, dann hätte ich jetzt mein Fernrohr nutzen können. Mein Zielvisier. Dann hätten wir da vielleicht was sehen können. Ich habe halt nur so einen Pump gesehen, der sich so abgehackt bewegt hat. Ja. Ich sehe schon, gleich fällt uns hier irgendjemand überlaufen. Mie, mie, miau. Ähm, Richtung Kirche. Mhm. Also links von der Kirche plötzlich mal. Ich guck mal grad auf der Karte, wo wir hin können. Ja. So, ich habe die Kirche gefunden. Da gibt es angeblich fast direkt in der Nähe ein Auto. Ja. Und zwar, wenn man die Straße findet. Ich glaube ich bin jetzt genau den falschen Weg gegangen. Fuck man, hier ist die Straße. Ja und hier sollte dann fast unmittelbar ein Auto stehen. Irgendwie haben wir nicht so viel Glück. Kann das sein? Ist gut möglich, ja. Ich geh mal hier in das kleine Häuschen rein. Ich geh rechts daneben in das. Fuck man. So, hier. Ein Thermometer. Oh, was zu trinken, oder? Nee. Ich hab Munition. Was denn für welche? Punkt 22. Hört sich nach, nach. Hab ich schon. Nach dem Sportschützengewehr. Hört sich das an. Wird eher gedacht, dass das für eine, für eine Pistole wär. Ja, das ist eigentlich ein relativ kleines Kaliber. Okay. Das heißt aber auch, da drüben ist eine Kreuzung, oder sollte eine Kreuzung sein. Wenn wir in die Richtung laufen. Ja. Und auch da sollte es ein Auto geben. Oh, ich bin gerade ein bisschen angespannt, du. Meinst du? Ja, weil erstens sind hier Leute. Und zweitens könnten wir vielleicht ein Auto kriegen. Dann hoffe ich doch mal auf das zweite. Ja. Da ist eine Polizeistation. Bei der soll es auch ein Auto geben. Ja, geh mal da mal hin. Da ist der Loli. Links. Ja, stimmt. Da waren wir hier ja schon mal. Vor tausend Jahren. Wir waren an sehr vielen Orten. Ganz häufig schon. Ja. Weil wir immer wieder gestorben sind. Gestorben wurden. Wir wurden gestorben. Aber ich würde mal sagen, wenn wir das nächste Mal sterben, dann machen wir mal eine andere Route. Ja. Wir gehen hier immer die gleiche. Ich brauche einen Drink. Das ist ein Sack. Nein, das ist ein Bandana. Ah, das kann ich doch benutzen, oder? Ja. Pistol Flashlight. Oh. Nee. Ich brauche jetzt auch nicht, dass ich das da nicht drauf stecken kann. Also das kann ich mir nicht anziehen. Also nicht so wie du. Ähm. Was ne? Ich kann das nur interactieren. Okay. Vielleicht geht es auch nur, wenn man es im Dings drin hat. Ach so. Im Inventar. Piston Flashlight. Guck ich es da dran klemmen? Yay. Nee. Auch nur. So, ich mache Racks draus. Jo, bietet sich an. Gott. Ich habe gerade wieder ein bisschen erschroggen. Erschroggen? Ja. Hier ist was zu essen. Jede Menge zu essen sogar. Äh, zu essen brauche ich nicht. Brauche zu trinken. Sollen wir hier liegen? Einen drückbaren Gasofen. Eine Kiwi. Ach komm. Schadet nichts. So. Also verhungern werden wir auf keinen Fall. Nee. Ich habe etwas Kiwi gegessen. Ich fühle mich, als ich einen Drink habe. Oh, guck mal. Praktisch. Wir sind direkt hinter der Polizeistation. Hm. Gut. Da steht ein Auto. Aber das ist... Kaputt. Nicht fahrbereit. Ich gehe mal in die Polizeistation rein, ne? Mach das ja. Munition. Was für welche? Wir sind hier drin auch zu. Kumst 380. Ist ein Zombie? Ja. Der ist hier draußen. Ich habe ihn schon gesehen. Nicht hinlegen. Bist du dumm? So. Problem gelöst. Okay. Hier ist was zu trinken. Wie kommen sie... Was ist ein Zombie? In der Zelle. Ich weiß nicht. Hast du die Tür vorhin zu, ne? Nein. Aber jetzt. Okay. Also in der Zelle auf den Tisch. Ah. Ich bin ja noch durstig. Du bist ein Schluck Spicht. Ja. Hier steht Reis. Kann ich nie mitnehmen. Sporta 22. Wie geht hier? Da hätte ich jede Menge Munition für, wenn du den mitnehmen willst. Nee. Die ist auch voll kacke. Das ist richtig. Ich weiß noch, als wir am Airfield waren und... Wie die nur die Sportler hatten. Wir versuchten... Wir versuchten uns zu wehren. Ja. Und es hat einfach nichts gebracht. Vitaminpillen. Und Basie und ein Knicklicht. Hm. Alles, was ich mal für eine gute Party brauche. Hier draußen liegt auch noch was rum. Ist das eine Cola? Ja. Ich trinke die mal gerade. Dann genieße. Jetzt bin ich nicht mehr durstig. Nicht weit von hier soll es einen Brunnen geben. Und was? Einen Brunnen. Ach so. Ich habe einen Boden verstanden. Einen Boden. Einen Boden. Einen Boden? Einen Boden? Na hier einen Böden. Na sicher einen schönen Böden hat man drüben auch. So. Ui Zombie. Wie ist der hier reingekommen? Wahrscheinlich wieder durch die Wand. Ich habe die Tür aufgemacht. Gerade in dem Moment, als er vorne dran stand. Ach so. Ich habe ihn gehört. Und dachte mir, ich gehe das Problem erledigen. Aber er war schneller. So und der Brunnen sollte... Hier über die Kreuzung rüber. Und dann hier auf der linken Seite. Da ist er. Und dann direkt mal was trinken. So, ich will mich nur hydraten. Ich will mich nicht stuffen. Ja, immer darf ich noch. Tja, jetzt stehen sie da und trinken am Brunnen. Gleich kommt einer. Bam! Bislang war es immer so, dass erst einer von uns gestorben ist. Jetzt bin ich stuffed, ey. Ich krieg's doch. Ich möchte das abbrechen. Hallo. Okay, ich bin jetzt hydraten. Ich fühle mich wirklich voll. Was liegt denn hier? Crossbow. Mhm. Kann ich das durch meine Axt ersetzen? Nee. Möglich. Nee. 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 Ich möchte aber nicht meine Blaze dafür hergeben. Ach, kacke, ey. Ich hab aber nur drei Dinger dafür. Ja, es kann sein, dass du dafür keine Munition hast. Weil es gibt ja einen Unterschied zwischen Bolzen und Pfeilen. Ja, stimmt. Was ist das hier? Bolt. Drei Stück. Der wird wohl gehen. Cola. Canvas Pants. Besen. Schuhe. Schön hier. Hallo. Cola. Ich geh mal so schräg rechts gegenüber das etwas größere Gebäude. Das ist, glaube ich, so eine Fabrik oder sowas. Ich bin in dem Mini Store. I feel really full. Mhm. Ja. Ich hab noch einen Apfel. Ich hab getrunken und dazu noch einen Apfel gegessen. Ja, das macht schon recht voll, du. Schuhe. Schuhe. Ich bin jetzt in einem Haus gegenüber. Wahrscheinlich kann man nur bestimmte irgendwie, also bestimmte Bandanas irgendwie aufmachen. Wirklich, vielleicht müssen die auch einen gewissen Zustand noch haben. Was ist das? Was? Das ist nochmal ein Bandana. Pitchfork. Ich hab ein Zombie gehört. Schau mir meine Axt raus. Der ist bei mir. Der war bei mir. Der war bei mir. So, jetzt guck ich doch mal, ob ich das hier mit dem Bandana nicht... ...